Auspacken, sechs Stunden, acht Stunden vor der Premiere. Ja, sechs Stunden haben wir noch. Und dann sind da quasi Teppiche eingelagert zum Transport, wird jetzt ausgepackt und ausgerollt. Wir haben heute frisch Sägemehl gestreut. Sieht man, riecht man. Die Logen sind alle in der Polierphase. Die sind ja plattvergoldet. Das Orchester hat heute schon geprobt. Wir haben ein Live-Orchester mit acht Musikern unter der Latte von Georg Kommer. Und dieses Jahr im letzten Jahr Roncalli mit Tieren. Das heißt, dieses Jahr haben wir Promis auch dabei. Die waren heute auch zum Training schon hier drin. Haben sich automatisiert und rollen jetzt schon mal an. Jetzt fehlen nur noch die Promis. Ja, die Promis kommen heute. Also, ich sag mal, Paul Breiter, Senter Berger und viele andere. Zum Beispiel auch Uwe Stutt, der zweite Bürkermeister, werden kommen. Da kommen aber auch noch 60 Leute. Wir haben ja einige in uns ein buntes Volk. Von auch Museumsdirektoren, Polizei, Sprecher zum Beispiel. Der kommt ja auch. Gloria, wie heißt der? Gloria, wie Martin. Sehr sympathisch. Habe ich jetzt Montag auf dem Wieselstudio bei den Promischen kennengelernt. Es werden sehr viele Fotografen aus der Presse kommen, bundesweite Presse kommen. Und man darf es nicht verfassen. Also, es ist sehr schön. Ich werde mich nachher auch noch ein bisschen polieren. Ich bin auch noch ein bisschen staubig. Der Platz ist jetzt in der Endreinigung. Wir haben für Sie wunderschönen Holzboden, wenn Sie reinkommen. Seien Sie pünktlich. Und wichtiger Hinweis, wenn Sie anreisen zum Leonrotplatz, um Gottes Willen, bitte nehmen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Das ist am einfachsten. Sie haben die Trampalinie 12 vom Rotkreuzplatz oder vom Stachos aus die 2021. Die fahren bis in die Nacht durch. Sie haben zwar an der Dachauerstraße, an der schweren Reiterstraße oder beim Schloss Parkplätze, aber in Wien haben wir zum Beispiel, da stehen wir am Rathausplatz, da gibt es überhaupt keine. Also nützen Sie München. Wir haben so ein gutes Nahverkehrsnetz. Oder der Bus 53 durch Schwabing. Sie kommen hierher ganz gemütlich. Der Papa kann ein Bier trinken, die Mama einen Wein und schon geht es los. Und schon ist der Teppich fertig. Ja, siehst du. Und es ist ein ganz neuer Teppich. Hmmm.